Hallo, ich bin der Daniel. Und ich bin der Cebo. Und ihr hört den Creepy Crypt Podcast. In der heutigen Creepy Classics Folge sprechen wir über Silent Night, Deadly Night aus dem Jahre 1984. Und damit herzlich willkommen zurück im Creepy Crypt Podcast kurz vor Weihnachten. Willkommen zurück. Habt ihr schon all eure Geschenke zusammen? Also nicht eure, sondern die für andere Menschen. Die haben die schon vorher bekommen. Was? Die haben ihre Geschenke alle schon vorher bekommen. Ach so, ja. Aber es ist ja so die Zeit, wo man noch panisch Geschenke zusammensucht. Wenn man jetzt keins hat, braucht die Person anscheinend. Hast du schon alle? Ich schenke nichts. Oh, okay. Ich habe was für dich tatsächlich. Oh, du lügst. Nein, ohne Scheiß. Also ich weiß nicht, ob es pünktlich noch ankommt, aber ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe ein Geschenk für dich, aber erst für deinen Geburtstag. Das ist ja auch okay. Der ist ja auch kurz danach. Ja, eben. Soll ich dir zwei Geschenke hin? Okay, weißt du was? Das sind zwei verschiedene Sachen. Ich teile sie einfach auf. Aber was ist, wenn das ist, was von irgendwie so, du hast mir vor, so ein T-Shirt zu schenken, dann schneidest du es in der Mitte einfach durch. Nein, nein, nein. Nein. Du kriegst das Kleine vorher und das Große zu deinem Geburtstag. Ich habe tatsächlich was, ja. Ja, aber dann hätte ich das ja heute mitbringen müssen, weil es ist ja jetzt schon kurz vor Weihnachten. Ach, wir sehen uns bestimmt am 23. zu Gremlins nochmal oder so. Ah ja, okay. Man weiß es nicht. Weiß ich auch noch nicht. Aber auf jeden Fall, falls ihr jetzt auch schon nach Weihnachten hört, weil ihr vor Weihnachten gar keine Zeit hattet, uns zu hören, könnt ihr uns auch gerne mal auf Instagram, zum Beispiel unter creepycrippodcast oder auf Facebook creepycrippodcast oder in der Telegram-Gruppe, auch creepycrippodcast, uns mitteilen, was ihr denn bekommen habt und ob es horrorbezogen war oder nicht oder was ihr euch gewünscht habt und warum ihr enttäuscht wurde. Oder ihr könnt uns einfach nur frohe Weihnachten wünschen. Ja, da freuen wir uns auch. Ja, ich habe ja sonst niemanden, deswegen nehme ich das von überall her, wo ich es kriegen kann. Das drückt ihr hier auf die Mitleidstrüse zu Weihnachten, ganz ehrlich. Ja, genau. Und weil wir kurz vor Weihnachten sind, haben wir natürlich wieder einen weihnachtlichen Horrorfilm rausgesucht. Es gibt ja genügend. Und deswegen sprechen wir dieses Mal über Silent Night, Deadly Night. Nein, du meinst Stille Nacht, Horrornacht, so wie in Deutschland. Nein, das meine ich nicht. Ich meine Silent Night, Deadly Night. Und dabei bleibe ich auch. Den Originalen oder das Remake? Oh Gott, der heißt ja nur Silent Night. Aber, ja? Ich glaube schon. Es kommt jetzt aber noch ein Remake. Also 2021 wurde noch ein Remake angekündigt, weil die Rechte irgendwie verschoben wurden. Aber wollte ich gerade sagen, ich meine, es liegt jetzt nicht zu fern, einfach einen Horrorfilm zu machen mit einem mordenden Weihnachtsmann, die man dann halt irgendwie so nennt. Ja, die heben wir uns dann fürs nächste Jahr auf oder so. Aber das passt ja auch so gut zu der Rezension, die du letztes Mal rausgesucht hast mit 0,5 Sternen. Die lautete wie nochmal? Ja, letztes Mal hatte ich vorgelesen, wie konnte ich nur dazu verleitet werden, mir das anzusehen. Von heute an werde ich jedes Mal eine Panikattacke bekommen, wenn ich den Weihnachtsmann sehe. Ja, weil berühmtermaßen in diesem Film natürlich einer durch die Gegend läuft in einem Weihnachtsmannkostüm und Menschen umbringt. Ja, und der Film war wohl auch sehr kontrovers damals. Ho, 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 sehr, sehr kontrovers. Ich meine, ich habe den jetzt schon dreimal geguckt und erst jetzt, als ich ihn wieder vor den Podcast geguckt habe und man sich ja dann auch so ein bisschen mehr tiefere Gedanken darüber macht, dachte ich mir auch so, hui, der ist gar nicht mal so gut gealtert. Also der ist schon teilweise ganz schön kritisch an manchen Stellen, was so. Also was ja sehr kritisch ist, dass irgendwie jede Frau ihr Top ausziehen muss, bevor sie umgebracht wird. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Also die Triggerwarnung für sexuelle Gewalt ist jetzt hier in diesem Podcast und für den Film auf jeden Fall einmal ausgesprochen, weil das ist, habe ich gar ziemlich verdrängt, dass der so ist. Aber lustigerweise war das ja nicht das Problem, worüber die Leute sich beschwert haben, sondern sie haben sich darüber beschwert, dass ein Weihnachtsmann mit einer blutigen Axt durch die Gegend läuft und Menschen tötet. Das war das, was sie gestört hat. Ja, natürlich hat das die Leute damals gestört und nicht, dass Frauen da aufs Übelste erniedrigt werden. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das am Set war, wenn du so, ah, die Frau für den heutigen Dreh, ja, zieh die schon mal aus oder so, also, huf. Ja, die Gruppe damals hieß übrigens Mothers Against Movie Madness, M-A-M-M. Mom. Mom, ja. Mom. Mom. Und die haben sich, die haben dann derbe, den Terz gemacht, haben. Randaliert, geriotet, wolltest du sagen, protestiert. Haben, haben protestiert und, äh, haben es dann tatsächlich geschafft, dass dieser Film nach zwei Wochen, äh, aus den Kinos entfernt wurde. Krass, oder? Sehr krass. Würdest du das heute noch so geben? Hm, nee, weiß ich nicht. Was ist, wenn ich einen Film machen würde, in dem es um einen katholischen Priester geht, der dann irgendwann Waffen zieht und sich denkt, ich werde beim Gottesdienst so verarscht, dass ich jetzt Kinder erschießen gehe? Das ist most offensive, was mir eingefallen ist jetzt auf den ersten. Ich meine, hier werden ja zumindest keine Kinder getötet. Spoiler. Spoiler. Aber der, das, ähm, das Remake, was ja dann rauskam, da ging's ja dann um den, mit dem Flammenwerfer. Da hat er ja dann den Flammenwerfer und keine Axt mehr, soweit ich mich recht erinnere. Da ist auf jeden Fall ein Cover drauf, ja. Weil, das basiert nämlich auf einer wahren Geschichte tatsächlich. Da gab's an Weihnachten, äh, auch einen Ehemann, der dann als Weihnachtsmann verkleidet vor der Tür stand und als die Familie die Tür aufgemacht hat, hat er seine Familie abgefackelt. Aber das meine ich halt, ne? Du nimmst halt einen Weihnachtsmann, der macht böse Sachen und dann nennst du den Film halt Silent Night oder du nennst ihn nur Deadly Night oder was auch immer. Silent Night. Ah, nee. Nee, das ist was anderes. Ich glaube, dieses Jahr kommt noch ein Film raus mit Joel Kinnaman, der heißt auch Silent Night. Wo er, also wo er so John Wick-mäßig unterwegs ist oder so. Es gibt einfach, es ist ja, weihnachtlich sind halt, weil viele von diesen Filmen halt auf so Puns irgendwie auch basieren, ist da nicht mehr so viel Auswahl, ne? Ja, muss man halt auch Filme rausbringen, ne? Garst nicht. Rudolf the Bloody Red Nose Reindeer. Christmas Bloody Christmas, weil das ja auch eher eine Anspielung auf Black Sabbath ist, aber Silent Night. Gab's nicht auch den Film, wo die sich vor diesen Giftgaswolken versteckt haben? Den hieß doch auch Silent Night oder so. Der lief auch in der Crypt, ne? Wo diese Familie und die ganze Welt ist irgendwie betroffen von dieser Giftgaswolke und deshalb nehmen sich alle an Weihnachten das Leben kollektiv. Der lief nicht, glaube ich, ähm, ach, ich, also der hieß auf jeden Fall, glaube ich, Stille Nacht im Deutschen. Ich glaube, der hieß auch Silent Night im, im. Also ich weiß, welchen du meinst, aber, ähm, ja. Ja, von 2021, der hieß tatsächlich Silent Night und der hat. Ich fand den auch nicht so doll. Der hat anderthalb Sterne in der Crypt bekommen. Der lief da? Ja, offensichtlich. Den habe ich gezeigt. Der hat anderthalb Sterne in der Crypt bekommen. Was? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich fand den nämlich wirklich nicht gut, deswegen wundere ich mich, dass ich den überhaupt ins Programm aufkomme. Wahrscheinlich am 12. Dezember 2021, weil die ganzen Leute, denen ich folge, die haben den alle da geguckt, die ich aus der Crypt so kenne. Okay. Hups. Sorry. Nee, muss ja nicht. Ja, manchmal gefallen mir auch Filme nicht, die andere Leute mögen. Man sieht hier, manche haben den einstellen gehen, manche fünf, aber ich denke, so Weihnachtssachen sind generell immer sehr divisive, weshalb ich dich jetzt ja auch frage. Divisive? Ja, gespaltend. Ja, ja. Wie fandest du den Silent Night, Deadly Night jetzt? Es war ja nicht dein erstes Mal gucken wahrscheinlich, aber wie fandst du ihn jetzt in den Augen eines Podcasters? Also ich blende ja vollkommen sowas aus, wie ist der Film PC für heutzutage Punkte, deswegen, ich fand den eigentlich, ich fand, ich finde den super, der hat halt das, was man erwartet, Typ, hat eine komische Geschichte, wird crazy, dreht durch, weil er halt wegen irgendwas getriggert wird und dann läuft er los als Weihnachtsmann und tötet Menschen. Und das macht er relativ kreativ, finde ich, also so mit, ich sag nur Geweih, Schlitten, deswegen in der Hinsicht finde ich das ganz gut und dann gibt es halt am Ende nochmal so eine absurde Szene und eine übertriebene Nonne und der macht Spaß, weil er einfach brutal ist. Ja, er hat halt relativ wenig Handlung an sich, sondern so eine Anreihung von Weihnachtskill-Scenes oder so für damalige Verhältnisse, ich guck halt so, das Problem bei so Slashern ist, wenn du so einen Slasher heute machen würdest, würde ich sagen, der war ganz schön scheiß und sexistisch, aber halt für so die 80er war ja schon ein solider Eintrag irgendwie, weil er halt auch diese... Man muss ja auch dazu sagen, die Version, die wir jetzt geguckt haben, ist ja die ungeschnittene Version. Dürfen wir überhaupt so reden? Ist die in Deutschland freigegeben? Ja, 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 der wurde dann normal nochmal rausgebracht. Die haben das ja wirklich nur rausgeschnitten, weil sie damals dann Angst hatten und gedacht haben, wenn sie eine geschnittenere Version rausbringen, sind die Leute vielleicht nicht so sauer. Das ist dann aber leider nach hinten losgegangen, weil es ging nicht so sehr um die Gewalt. Und ja, deswegen, der ist ja nochmal um einiges brutaler, wenn man ihn heutzutage anguckt. Weil wenn du diese ganzen Szenen, weil dummerweise dieses Material, das sie rausgeschnitten haben, das wurde sehr schlecht gelagert von Columbia TriStar, der das übrigens damals Coca-Cola gehört hat, die ja auch den Weihnachtsmann erfunden haben. Die haben den Weihnachtsmann nicht erfunden, das ist ein Mythos. Doch, doch, die haben den Weihnachtsmann erfunden. Und die haben das sehr schlecht gelagert und deswegen ist dieses ganze Material, was rausgeschnitten wurde, in sehr schlechter Qualität, also in sehr schlechterer Qualität als der Originalfilm. Und wenn man sich das so anguckt, dann sieht man halt immer, ah, jetzt wird es wieder schlecht, das haben die damals rausgeschnitten. Und es ist schon interessant, was sie halt an brutalen Szenen rausgeschnitten haben und das ist ja das Einzige, was den Film dann irgendwie interessant machen würde, in Anführungsstrichen. Ja, das merkt man halt dann beim rausgeschnitten. Beim ersten Mal, als ich es geguckt habe, kannte ich den Fakt halt noch nicht. Und da dachte ich, oh, das sind die Szenen, die vielleicht in der deutschen Version damals gefehlt haben, aber ja, es sind auf jeden Fall, also ich möchte die auch nicht missen, weil ich glaube ohne fehlt halt auch irgendwie was. Also ich kann mir vorstellen, dass er dann damals vielleicht auch einfach schlechter war als heute, weil du heute so eine definitive Edition des Films hast. Vielleicht nicht in so ultra hübsch, aber es würde schon was fehlen, glaube ich. Übrigens kleiner Tipp an alle, die Zeit sparen wollen. Ich habe auch ein bisschen den zweiten Teil geguckt und es ist kein Witz, wenn ihr den ersten und den zweiten Teil gucken wollt, dann guckt nur den zweiten, weil die erste Hälfte des zweiten Teils besteht nur aus allen, ist kein Witz, aus allen brutalen Mord-Szenen aus dem ersten Teil. Ist kein Witz. Wie bei Ju-On, da gab es ja auch diese Reihe mit diesen japanischen, bevor der erste große Kinofilm rauskam, gab es ja auch zwei kürzere und der zweite Teil besteht in den ersten 40 Minuten nur aus den letzten 40 Minuten des ersten Teils. Warum auch immer. Aber es ist echt krass, der zweite Teil beginnt halt mit einem Polizeiverhör, wo ich glaube, das ist dann der Bruder, der überlebt hat oder so, der dann verhört wird von einem Polizisten und dann reden die halt über jede Szene, die passiert ist und die werden alle gezeigt. Die Schlittenszene, die Geweißszene, sogar die ganze Szene am Ende in dem Waisenhaus. Also du siehst den kompletten Film nochmal, nur halt mit den Szenen dazwischen, die nicht so wichtig sind, rausgeschnitten. Deswegen macht euch nicht die Mühe, guckt einfach den zweiten Teil, dann könnt ihr alles zusammen sehen. Wie wäre es, wenn wir nächstes Jahr zu Weihnachten über den zweiten Teil reden? Ich lade einfach die Folge nochmal hoch, keiner kriegt das mit und dann nehmen wir noch so zehn Minuten am Ende extra rauf, wo wir dann so sagen, ja. Und dann passiert ja dann endlich die neue Handlung und das war es dann auch so. Das war voll geil, oder? Total. Jetzt wird sie keiner mehr hören, wenn wir mal wirklich über diesen Film reden wollen. Nee, es ist halt nur, weil es gibt ja mehrere Teile von dem Film, der zweite war ja auch noch ein Kinofilm und deswegen dachte ich, ich gucke da mal rein, weil ich halt auch so gelesen habe, dann geht es dann um den Bruder und so. Passt ja dann noch zusammen. Aber es ist halt echt lächerlich, weil du dann nochmal den ersten Teil gucken musst. Ja, und auch ein weiterer Funfact über diesen Film ist, dass eine Band, die uns hier die ganze Zeit verfolgt, Ice Nine Kills, haben auch einen Song über den gemacht und der heißt Merry Xmas. Also wie Axt, weißt du? Richtig witzig. Na, ist ein geiler Song. Ich finde den Song wahrscheinlich sogar besser als den Film. Also, ist kein schlechter Film, er ist einfach nur verfolgt. Ich würde ihn jetzt nicht mit meinem Partner oder Partnerin gucken, so. Außer sie mögen brutale Slasher. In den Frauen gefoltert werden, sexuelle Gewalt betrieben werden. Es ist ein bisschen sexuelle Gewalt, aber gefoltert ist ein bisschen viel gesagt. Gerade so diese, ah ja, nein, doch, ja schon. Naja, soll ich dir denn mal erzählen, worum es überhaupt geht mit dem Film? Für alle, die noch nie von dem Film gehört haben, der ist ja auch schon mittlerweile alt. Das Problem ist, wir besprechen den genau ein Jahr zu früh. Nächstes Jahr wird er 40 Jahre alt. Ja, ich habe auch drüber nachgedacht, ob wir es nochmal verschieben. Wir hätten auch mit Nightmare warten sollen, weil der wird, glaube ich, nächstes Jahr 50 oder so. Aber ist ja auch egal. Dann gibt es nächstes Jahr einen Re-Release zu dem Jubiläum. Dann können wir am nächsten Jahr, hey, heute wird Silent Night, Deadly Night 40 Jahre. Hört doch nochmal unsere alte Episode. Bam. Das schneide ich jetzt so raus und lad es in einem Jahr einfach hoch. Auf jeden Fall. Auf dem Heimweg von einem Besuch bei seinem Großvater wird der kleine Billy Chapman Zeuge, wie seine Eltern von einem betrunkenen, als Weihnachtsmann verkleideten Kriminellen getötet werden. Zusammen mit seinem jüngeren Bruder wird Billy in einem Waisenhaus untergebracht, wo ihm die tyrannische Oberin eine puritanische Moral eintrichtert. Als Heranwachsender bekommt Billy schließlich einen Job in einem Spielzeugladen, doch als die Weihnachtszeit anbricht, rastet er schließlich aus und geht in dem Glauben, der gute alte Weihnachtsmann zu sein, umher und ermordet Menschen, die er für unartig hält. In Klammern, im Grunde alle. Ich liebe diese Zusammenfassung. Im Grunde alle. Im Grunde alle. Naughty. Ja, wer hat nicht schon mal was Schlimmes gemacht oder mehrmals während eines Podcasts geflucht? Ich nicht. Vor allem nicht in der letzten Classics-Folge. Ich erwarte, dass die Tür jetzt aufbricht, wenn jemand reinkommt und schreit, Punish. Das wäre so cool. Du wärst der Nächste. Stimmt überhaupt nicht, ich bin voll nett. Nee. Naja. Wir beginnen auf jeden Fall diesen Film mit einem Kinderlied, dann Spritzblut und dann sehen wir eben den Anfangstitel Silent Night, Deadly Night. Filme mit einem Intro-Title-Sequenz sind einfach immer besser. Ich finde es auch gut, dass es so langsam ein Comeback wieder macht. Viele Filme, die so ein bisschen arziger sind, jetzt die halt kein Marvel oder sowas sind, die fangen wieder an, Intro-Szenen-Sequenzen zu machen. Ich finde die eigentlich ganz nice. Ich bin immer ein Fan davon. Es stimmt einen so ein, weil dann hast du meistens auch so einen richtigen Banger-Soundtrack. Früher war das halt irgendwas von Goblin oder sowas, was da lief und so. Aber mittlerweile, ich finde das schon, macht schon so Stimmung. Habe ich Bock drauf. Finde ich geil. So wie alle Nightmare-Filme. Die sind ja auch alle geil. Fast. Fast? Okay, warte, wir schweifen ab. Ja, genau. Und dann sind wir Weihnachten 1971 und wir fahren mit einer Familie im Auto, die zum Großvater in die Utah Mantle Facility fährt, weil der ist nicht mehr ganz dicht im Kopf. Wow. Und muss aber an Weihnachten besucht werden, so wie alle Großeltern, obwohl es anscheinend super weit weg ist. Meine Güte, wie lange die im Auto sitzen. Ja, krass, oder? Mir ist gerade klar geworden, dass Billy, der ja fünf Jahre alt ist, ich glaube, mein Vater war zu der Zeit auch fünf Jahre alt. Also kann ich mir richtig vorstellen, dass mein Vater genauso alt war wie, naja, ist auch egal, aber krass, wie lange das her ist. Irgendwie, wenn man so an 1971 denkt, so, ja, ja, 30 Jahre. Das sind schon jetzt 50 Jahre. Ja, so, ist schon, wow. Aber ja, das Geile ist ja auch, Billy macht den schlauesten Satz überhaupt, weil die dann sagen so, ja, Großvater, der kriegt eh nichts mit und der dann so, ja, warum besuchen wir den dann überhaupt? Warum? Das ist eine sehr moralische Frage, die ich nicht in diesem Film erwartet habe. Warum besuchen sie den Großvater, wenn er eh nichts davon mitkriegt? Ja, machen sie es nur für sich, um sich besser darstellen zu können, weil sie dann ein gutes Ego haben oder wirklich, weil sie dem Großvater damit einen Gefallen tun? Man weiß es nicht, aber das war sehr philosophisch. Also erstens macht man das ja auch und zweitens kriegen wir schon, sehen wir dann auch, dass er schon was mitkriegt. Die Leute glauben, dass er nichts mitkriegt, aber... Das mache ich im Alter auch so, ne, da hast du einfach deine Ruhe den ganzen Tag. Eine Person suchst du dir aus, der du dann immer Sachen sagst. Ja, und der glaubt es dann keiner. Aber eine sehr junge Person. Was soll ich denn sagen, Gott wohnt in seinem Tempel oder... Gott lebt in seinem Tempel. Das sage ich dann auch, einer bestimmten Person, der sage ich das dann immer und ansonsten tue ich so, als könnte ich nichts. Aber auf jeden Fall sind wir da auch schon wieder beim Theme, was diese Weihnachtsfilme angeht, dass alte Männer einfach gruselig sind. Ja, aber ich meine, Billy ist ja auch vor allen Dingen noch sehr aufgeregt während der Autofahrt, weil er möchte natürlich den Weihnachtsmann sehen und er möchte das nicht verpassen, weil die sind ja sehr lange unterwegs und er freut sich sehr auf den Weihnachtsmann. Das ist ja auch noch so dieses Thema am Anfang, dass Billy eben, ja, ein unschuldiges Kind ist, das sich auf den Weihnachtsmann freut und diese Freude wird ihm ganz schnell genommen. Aber vorher sehen wir eben, und das ist halt auch so das Witzige, die scheinen anscheinend sehr lange zu fahren, weil ja auch die Rückfahrt irgendwie super lange dauert, weil sie ja dann schon im Dunkeln sind oder so. Und die fahren dorthin, setzen sich alle um den Opa, reden ganz kurz mit dem, der reagiert nicht. Dann kommt so ein Arzt und sagt, können Sie bitte ganz kurz mit mir mitkommen und was unterschreiben? Die Eltern gehen mit dem Arzt mit. Billy bleibt alleine zurück. Der Opa kommt aus seiner Schockstarre und sagt, dass der Weihnachtsabend der gruseligste Abend ist und ob er über Santa Claus Bescheid weiß und so und er bringt nur den guten Geschenken und die bösen Kinder bestraft er. Also er macht ihm richtig derbe Angst und fragt ihn halt auch, ob er wirklich das ganze Jahr gut, das ganze Jahr über gut war und so. Und weil der Junge den Kopf schüttelt, sagt er, na dann musst du dich aber in Acht nehmen und dann geht er wieder zurück in seine Schockstarre. Seine Eltern kommen zurück und dann sagen sie halt so, ja jetzt gehen wir. Dann denke ich mir so, wow, ihr habt fünf Sekunden, also da hatte Billy recht. Warum seid ihr da hingefahren, um fünf Sekunden mit diesem Opa zu verbringen? Wahrscheinlich haben sie irgendwas signiert, was denn so sein Wille? Todesstrafe. Irgendwas so. Nicht wiederbeleben. Ja, weißt du so, irgendwas vor Weihnachten noch. Falls sein Herz aufhört zu schlagen, nicht wiederbeleben bitte. Schaltet die Maschinen ab. Hier ist meine Unterschrift. Dann haben sie das Kind halt angelogen. Es klingt halt auch so, als hätten sie es so ein bisschen so getimt, so nach dem Motto, jetzt sind sie angekommen. Ach Mist, wir müssen jetzt aber gleich losfahren, sonst kommen wir nicht mehr nach Hause rechtzeitig. Es tut mir leid. Ja, der Verkehr hierher war einfach schrecklich. Das ist die wahre Story darunter. Was ist mit diesen Eltern los und warum sind sie so? Ich finde ja nur, man hätte wenigstens, also ich verstehe, dass es unwichtig ist, dieser Punkt, dass sie halt ankommen und wieder weggehen müssen, aber man hätte es wenigstens so erzählen können, als hätten sie da eine halbe Stunde gesessen oder so. Ja, oder noch was gegessen. Ja, genau. Irgendwie sowas. Weil so ist es echt lächerlich. Die fahren mit dem Auto dahin. Ende. Halten an, gehen in den Raum, werden dann auch noch weggenommen. Also ja, das hat mich so, ja, das sind dann so Logikfehler, die natürlich komplett egal sind, aber wo man dann so da sitzt und denkt, hä, warum? Man hätte es ja auch so machen können, dass der Film damit anfängt, dass sie den Opa schon zu sich geholt haben für Weihnachten und Billy sich dann beschwert, warum müssen wir den eigentlich jedes Jahr abholen, wenn der eh nichts macht? Und dann, um ihn wieder zurückzubringen, dann passiert das mit dem, was dann halt nach dem passiert, weil es würde mehr Sinn machen, so. Sie hatten ihn jetzt da und jetzt fahren sie ihn wieder zurück und hättest halt nicht sagen können, ja, die waren nur so 30 Sekunden da, weil so waren sie halt einfach, ja, scheiß Verwandtschaft. Amen. Alterseinsamkeit ist das, was da passiert. Alters Verwahrlose. Alles Alters. Vielleicht hat der Opa auch einfach Rare Exports vorher geguckt und wusste, dass der Weihnachtsmann die Naughty Children bestraft. Aber er ist ja auch tot in Rare Exports, deswegen. Der Opa? Nein, der Weihnachtsmann. Ach, wissen wir nicht. Das stimmt. Er hat halt ein Stück überlebt und das regeneriert sich wieder zum Weihnachtsmann. So wie bei dem Film, über den wir letzte Woche geredet haben. Wer weiß es. Da wurde auch sehr viel regeneriert, aber hilft ja alles nix, weil die fahren dann wieder zurück und währenddessen sehen wir halt, wie jemand, der als Weihnachtsmann verkleidet ist, versucht so eine Tankstelle oder ein Liquor Store, ich weiß gar nicht, ist es eine Tankstelle? Tankstelle, ja. Versucht zu überfallen und dann auch den Besitzer erschießt. Gewalt, yes. Ja, Mann. Damit wir gleich wissen, der Film. Mit dem ist nichts zu spaßen. Wirklich gar nicht. Gar nicht. Und dann versucht er ja auf so einer abgelegenen Landstraße die Familie von Billy anzuhalten, um denen das Auto zu klauen. Ja. Warum auch immer. Billy hat ihnen ja auch vorher noch erzählt, was der Opa gesagt hat und dass er jetzt Angst hat vor Santa Claus, weil er jetzt weiß, dass er bestraft wird und dann steht da plötzlich dieser Santa Claus an der Straßenecke. Ja, das ist auf jeden Fall einer der früheren Slasher, die sich schon mit Trauma irgendwie beschäftigen wollen, ne? Ja, also Weihnachtsmann steht am Straßenrand, Familie hält an, keine gute Idee. Einfach drüberfahren. Aber jetzt mal ohne Witz, wer würde denn nicht für den Weihnachtsmann anhalten? Wie erklärst du das deinem Kind? Ja. Ja, nee, der Weihnachtsmann, der schafft das schon alleine. Ich meine, der wäre, Billy wäre jetzt froh, weil er hat ja jetzt Angst vor dem Weihnachtsmann, weil er denkt, der wird ihn bestrafen. Deswegen ist er ja eher so, nee, 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 fahr mal weiter, fahr mal weiter. Aber natürlich kannst du nicht anhalten. Ist ja auch unterlassene Hilfeleistung. Ja, ist das so? Naja, wenn er dann wirklich. Wenn er nur einen Platten hat? Wissen sie ja nicht. Was ist, wenn er danach rauskommt, dass der interne Blutungen hatte? Gibt es unterlassene Hilfeleistungen in Amerika? Das ist die nächste Frage, von der ich keinen blassen Schimmer habe. Ja, ich auch nicht. Ich gehe einfach jetzt davon aus, wenn der Film in Deutschland spielen würde, dann hätten sie anhalten müssen. Das stimmt. Das ist allerdings recht. Naja. Und ja, das ist natürlich, wie gesagt, keine gute Idee, weil der Weihnachtsmann ist böse. Und er tötet die Eltern. Ja, er schießt seinen Vater, schlitzt der Mutter die Kehle auf. Und vorher muss er natürlich noch ihr Top entfernen. Natürlich. Weil eine Frau kann nicht sterben, ohne entblößte Brüste zu zeigen. Ich bin so froh, dass wir da schon lange weg sind. Das ist halt so dieses Klischee, das man halt früher hatte, ne? Wenn du so als Schauspielerin, also deswegen, glaube ich, war das halt früher auch mehr so ein Thema, zeigt eine Schauspielerin ihre Brüste im Film oder nicht? Weil irgendwie war das so, keine Ahnung, ist es halt so ein 80er Jahre Horrorfilm-Ding, ne? Wenn du da mitmachst, musst du wahrscheinlich deine Brüste zeigen. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, wir kriegen eh das hohe Rating, da können wir es auch an die Grenze reizen. Vielleicht ist das auch nicht der Punkt, weswegen man so ein hohes Rating bekommt, wegen Brüsten. Vielleicht ist es wirklich nur die Gewalt. Hm. Obwohl. Nee, in Amerika sind die eher... Janet Jackson. In Amerika sind die eher, was so Gewalt angeht, so ja, ja, kein Thema. Aber die haben ja extra Sachen rausgeschnitten, damit sie eben kein X bekommen. Also kann Brüste zeigen ja anscheinend nicht so schlimm gewesen sein. Vielleicht ist es so, ja, in Horrorfilmen sind wir das gewöhnt, da gucken wir mehr auf die Gewalt. Wahrscheinlich. Weißt du. Da sind die so abgelenkt, dass sie gar nicht auf die Brüste gucken können. Aber wenn diese ganzen Slasher... Ich finde es halt in dem Film sehr auffällig, dass es jedes Mal passiert. Also die Frauen... Also gerade in dem Moment ergibt es keinen Sinn, dass ihr das aufschneidet, weil... Ja. Es ist halt auch einfach so, wenn das irgendwie so ein Erotik-Faktor mit rein... Keiner denkt sich so, boah, richtig geil, Brüste, wenn jemand umgebracht wird. Also dann sollte man sich einen Psychologen vielleicht suchen, wenn man das irgendwie unturnend findet, dann hat man ganz andere Probleme. Ja. Ja, aber er und Ricky, sein jüngerer Bruder, den wir nicht so wirklich erwähnt haben, die überleben halt. Logisch. Das ist so ein ganz kleiner, der kleine Ricky, der darf überleben. Und Billy ist logischerweise komplett traumatisiert, weil er denkt, dass das eigentlich wegen ihm passiert ist. Auch, weil er war ja böse. Ja. Und sein Opa hat ihm ja gesagt, dass er... Punish. Ein Kind, die er beim Opa einziehen kann, im alten, im crazy alten Heim. Und dann haben wir den ersten von zwei Timeskips im Film. Yay. Dezember 1974 im Waisenhaus. Im Waisenhaus. Also es ist Billy nämlich acht und Ricky ist vier. Und sie leben beide im gleichen Waisenhaus und wurden leider in der Zeit nicht adoptiert. Und haben auch keinen anderen Verwandten gehabt, der sie aufnehmen kann. Ja, der Opa ist ja tot. Wahrscheinlich, mittlerweile. Ja, aber es gibt ja noch andere Verwandte. Das weiß man nicht. Theoretisch. Ich sag nur. Weiß man's? Ja, aber irgendeine... Wenn beide Einzelkinder waren. Irgendeine entfernte Tante. Alles Einzelkinder. Und alle Großeltern tot. Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall sehen wir jetzt, dass er in einem Waisenhaus ist, das von Nonnen geleitet wird. Wie alle Waisenhäuser anscheinend in Amerika. Ja. Und die Obernonne, Mother Superior, geht's da für ein Mutter? Nö, ich glaub's, ist okay. Ja, die Mutter Oberin vielleicht. Ja, die Mother Superior, die ist sehr strikt und hat sehr harte Prinzipien, an denen sie festhält. Aber ich mein, Billy ist halt auch ein schwerer Fall. Wir sehen ihn dann als allererstes, wie alle so einen Weihnachtsmann malen und zeigen. Und was malt er? Malt Santa Claus, wie er getötet wird. Ja, weil er ganz dringend in Therapie muss. Ja. Und nicht, weil er ein schlechtes Kind ist. Ja, aber in dem Moment denken wir, er ist ein schlechtes Kind, weil was geht mit dir? Du kannst doch nicht Santa Claus umbringen. Kann er schon. Wünscht er sich wahrscheinlich auch. Also es ist ja schon, das ist halt so ein Ding, dass der Film halt so schon versucht, das Ganze mit so einem Trauma zu begründen. Und wir irgendwie ja so sympathisch für den Killer. Wir sehen ja quasi den Weg dahin. Und andere Slasher sagen, oh, der kommt dann, der ist dann einfach da. Also vor allen Dingen, weil in dem Moment ist es ja eher so, der, Billy hat halt Angst vor Santa Claus, weil er seine Familie umgebracht hat. Aber in diesem Waisenhaus ist es ja wirklich so, dass die Nonne sagt, dass die Gewalt, die er gesehen hat, noch in ihm drin ist und dass man ihm das sozusagen austreiben muss und so. Und die macht es ja damit dann sozusagen schlimmer, weil sie eben nicht auf psychologische Art und Weise daran geht, sondern halt auf bestrafen. Und du wirst schon irgendwann lernen, dass das keine gute Idee ist, was du da machst. So ein Blödsinn. Wirklich Blödsinn. Ja, ja, genau. Aber ich meine, das passiert ja. Und deswegen meine ich, dieses Trauma, das er hat, wird dadurch ja noch mehr verstärkt, weil er halt Stubenarrest kriegt, weil er dieses Bild malt und genau. Es wird dann auch noch mal schlimmer, als dann Weihnachten ist und sie diesen Santa ins Waisenhaus einladen und ihn dann zwingen, dass er sich auf den Schoß von ihm sitzen soll. Das ist schon echt. Ja, und vor allen Dingen, dazwischen gibt es ja auch noch die Szene, weil er hat ja eigentlich Stubenarrest, aber die eine gute Nonne sagt ja, er soll irgendwie noch rausgehen. Und dann gibt es ja diese Szene, wo er die zwei Leute beim Sex beobachtet und dann wird er erwischt von dieser Mutteroberin und dann bestraft sie ihn, indem sie ihm den Hintern versohlt. Panisch. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Das war so unnötig. Das heißt, ihm wurde dadurch noch eingetrichtert, dass Sex schlecht ist? Oder was war die Idee dahinter? Ja. Weil Sex ist bad, das wissen wir ja alle. Das ist Regel Nummer eins in jedem Haufen. Sex ist bad, ja. Aber, weiß nicht, weil er wird ja dann ins Bett geschickt und dann hat er so Albträume und wird ja dann ans Bett gefesselt, weil er nicht gut schlafen kann. In der unbequemsten Position, also die Arme über den Kopf nach oben, so kann vielleicht ein Baby schlafen, aber ich stelle mir das so unbequem vor, so schlafen zu müssen, wirklich. Ja, aber es ist halt auch noch mal so ultra traumatisierend. Ja. Arme Typ, Stubenarrest, dann sagt die eine Nonne, ja komm, geh mal raus, dann sieht er zufällig, wie zwei Leute Sex haben, wofür er überhaupt nichts kann. Dann kriegt er den Hintern versohlt und danach hat er deswegen Albträume und dann wird er ans Bett gefesselt. Na toll. Wie kann dieser Typ denn normal werden? Es geht gar nicht. Es war klar, dass der jemand... Die Nonne sollte zurecht schaffen, Zeit der Dings gezogen. Dass die am Ende nicht gestorben ist. Die muss in den Knast für das, was da passiert ist. Alle katholischen... Nein, das ist nicht mehr... Um Gottes Willen. Wir legen uns hier mit der katholischen Kirche an. Komm, los, komm. So viele Exorzisten-Filme, wie wir jetzt schon besprochen haben, sind wir eh schon... Dürfen wir gar nicht mehr drüber reden. Naja. Aber nachdem er ans Bett gefesselt wurde, ist dann am nächsten Tag Weihnachten und alle öffnen eben ihre Geschenke und wie du schon gesagt hast, kommt dann eben auch Santa Claus zu Besuch und dann wird er eben gezwungen, sich auf den Schoß zu setzen. Das ist so falsch. Ja, aber das ist halt ihre Herangehensweise. Das ist die Konfrontationstherapie. Du hast Angst vorm Weihnachtsmann, hier setz dich auf seinen Schoß. Du hast Angst vor einer Spinne, ich sperre dich in den Raum mit 80 Spinnen. Ich meine, ist nicht falsch an sich. Konfrontation ist der einzige Weg, seine Ängste loszuwerden. Aber das Tempo sollte nicht 0 auf 100 sein irgendwie. Also ich meine, ich habe auch Sozialängste und gehe das langsam an, aber ich würde mich jetzt nicht irgendwie... Also bist du doch der Meinung, dass man Kinder regelmäßig Horrorfilme zeigen sollte, damit sie sich daran gewöhnen, dass es Horrorfilme gibt? Ich habe Horrorfilme als Kind regelmäßig geguckt und ich bin ein erfolgreicher Podcaster geworden. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du sagst nicht normal geworden, weil... Nee, niemand... Normal ist halt auch echt wirklich langweilig. Also ich kenne auch keine normalen Leute. Hallo? Nee, 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 nee. Du am allerwenigsten. Okay. Das streue ich so rein, damit die denken, du bist so ein richtig komischer im Echtleben, so ein verrückter, so ein... Wir sehen uns ja nie, außer... Du hast eine scheiß Kinoreihe gemacht, damit du nicht mehr Horrorfilme allein gucken musst. Das ist schon... Da steckt schon irgendwas dahinter. Ja, dass ich niemanden kenne, der Horrorfilme... Nee, 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 nee. Naja. Er setzt sich auf den... Also er wird gezwungen, sich auf den Schoß zu setzen und dann schlägt er halt Center, was natürlich auch wieder nicht cool ist. Und dann landen wir endlich in der Zeit, die wichtig ist, nämlich 1984. Also nochmal zehn Jahre später und insgesamt 13 Jahre nach der Tat. Also ist er jetzt 18. Er ist jetzt 18, ja genau. Ja. Und ist immer komischerweise noch in diesem Waisenhaus. Wahrscheinlich ist er jetzt 17 oder so. Nee, nee, der ist tatsächlich 18. Ja, aber ich meine, dann kannst du gar nicht mehr in dem Waisenhaus sein. Ich weiß nicht, ob es da so eine Übergangsphase ist, weil sie helfen ihm ja, den Job zu finden und ich denke schon, dass du wahrscheinlich, wenn du 18 wirst... Ja, aber den Job hat er ja dann auch ein Jahr lang. Dann könnten sie in der Zeit ja mal rausschmeißen, weil dann verdient er ja Geld. Wir wissen nicht, ob er dann nach... Doch, doch. Es ist Frühling 1984 und der arbeitet da definitiv bis Weihnachten. Das heißt mindestens ein halbes Jahr. Mindestens. Vielleicht aber auch, weil er so... Ist er der Hausmeister geworden? Oh. Hast du seine Muckis gesehen? Ja, aber dann braucht er auch keinen extra Job. Weil das war ja ganz witzig, dass sie dann dass die Person dann sagt, hey, ich hab hier jemanden aus unserem Waisenhaus, der würde gerne bei dir arbeiten. Er so, ich nehm keine Jungs bei mir auf und dann siehst du diesen Buffboy um die Ecke kommen mit den dicken Muckis und er so... Haaaah. Ist das so ein... Ich brauch jemanden, der schwere Sachen im Lager trägt. Ja, aber war das dann auch so ein Gay-Subtext? Weil er ja dann... Ich hab das schon so ein bisschen erotisch aufgenommen. Ich glaub, der Chef hat ja nicht sogar was mit der Sekretärin oder so. Ey, muss ja nichts heißen. Damals schon. Okay, naja, auf jeden Fall bekommt er dann den Job dadurch, dass er so dicke Muckis hat. Wir sehen ihn nie irgendwie trainieren oder wo er die her hat, aber er hat auf jeden Fall... Weil er nichts anderes macht als... Keine Ahnung. Klar, wenn du ein ganz Leben lang am Bett festgekettet bist. Aber dann kommt eigentlich die beste Szene in dem ganzen Film, weil dann gibt's so eine Montage von Billy, wie er einen richtig guten Job in dem Laden macht. Er macht alles richtig, hilft den Leuten, trägt schwere Sachen. Auch diese geile Szene, wo er lieber ein Glas Milch trinkt als ein Bier. Es ist wirklich... Das Glas Milch hat mich gekillt. Das ist halt so... Andere Leute sagen, ihre ist ein Horror-Comedy. Das ist definitiv eine Horror-Comedy, weil diese Szene ist die beste der Welt. Die Musik ist schrecklich, weil die wirklich so unglaublich cheesy ist. Und dann währenddessen er macht so... Ah, hier mach ich was Tolles. Hm, willst du ein Bier? Nein, danke. Ich hab mein Glas Milch. Für die Muskeln und die Knochen. Ja, ja, genau. Richtig, so hat er die ganzen Muskeln bekommen, weil er nur Milch trinkt. Deshalb hab ich keine, weil ich keine Milch trinke. Ja, richtig. Scheiße. Und ich glaube, es endet dann damit, dass so dieser Weihnachtsbanner, weil es ist ja dann so die ganze Zeit, die er da arbeitet, dann wird ein Weihnachtsbanner ausgerollt. Und das findet Billy dann natürlich nicht gut, weil jetzt kommt die Zeit, die er einfach nicht mag. Ja, zwischendurch hat er ja auch so Flashbacks an die Tat an seinen Eltern, während er eigentlich sexuelle Gedanken an Pamela haben möchte. Sein Crush, wenn man das so sagen darf. Die werden ja dann, also es gibt ja diese eine Szene, wo man nochmal die Sexszene, die er damals als Kind beobachtet hat, sieht. Aber diesmal ist er der Mann in der Szene, der mit der Pamela, die da im Store arbeitet. Okay, sorry. Kann ich mich nicht so dran... Ja, ja, nein, er hat dann so Sexträume von ihr und dann werden die aber unterbrochen durch halt Erinnerungen an den Mord, an seinen Eltern. Und das ist ja auch einer der Gründe... Ach so, diese Traumszene, wo er dann am Ende von Santa angegriffen wird. Ja, genau, weil er dann ja, das ist ja dann auch so das Ding, weil Pamela ja dann eigentlich auch nicht so gleiche Gefühle für ihn hat. oder weiß man ja nicht. Also kann auch sein, aber sie ist ja ein Ausschlaggebender Punkt. Anscheinend flirtet Pamela mit jedem Flittchen. Ist nicht die Meinung des Creepy Crip Podcasts. Ich finde, sie hat verdient, was sie kriegt. Jesus Christ. Was ich interessant fand, also ich meine, das ist, warum ist klar, aber dieser Spielzeugladen, der hat halt alle Schaufenster bemalt. Das ist so dumm. Der macht die schlechteste Werbung ever. Weil man sieht ja immer, wie die Leute durch diese Tür reingehen und alle Fenster sind von oben bis unten angemalt. Ja, damit du nicht siehst, dass es ein Set ist in der Halle. Ja, genau, aber es ist halt auch so, okay, sehr unträglich. Du kannst dem Film ja ein bisschen mehr Geld geben. Der hatte nur ein Budget von 750.000 Dollar. Das war damals sehr viel Geld. Es ist trotzdem immer noch nichts. Das ist eine Columbia TriStar Produktion. Das ist ja nicht wenig. Aus dem hätte der sehr viel Geld an, aber egal. Ja, auf jeden Fall, genau, du hast ja schon gesagt, also man sieht dann halt, so wie er Streit mit dem Kollegen hat. Man sieht mal den Weihnachtsmann im Laden, die Traumsex-Szene kommt und dann ist eben Weihnachten, also der, was weiß ich, was die unter Weihnachten verstehen, ja eigentlich der 75, der 75. Und dann ist der Santa Claus, der da eigentlich ist, ausgefallen und deswegen gibt es nur eine Person, die ihn ersetzen kann und das ist Billy. Und dann gibt es ja auch so eine geile Szene, wo er dann da sitzt und dieses Mädchen hat eben Angst vor dem Weihnachtsmann und er droht ihr sozusagen nach dem Motto, hey, wenn du nicht brav bist, dann wirst du vom Weihnachtsmann bestraft. Deswegen sitz jetzt gefährlichst ruhig. Kein ist. Ja, also, da hätte ich auch gekündigt. Kein Job der Welt würde mich meinen, also wenn ich jetzt so ein, so ein, so ein Job hätte und die würden mir sagen, ja, du musst erst mal hier auf das offene Gewässer rausschwimmen, weil es sonst keiner macht, würde ich sagen, Fick, das steht nicht in meinem Vertrag. Er ist halt ein Waisenkind und hatte nie so richtig eine Community. Er hat jetzt schon, er hat jetzt schon Berufserfahrung, der bleibt doch nur, weil er auf Pamela steht. Nee, ich glaube, weil er als Waisenjunge irgendwie so, er braucht diese Gemeinschaft und er hat ja jetzt endlich gefunden, weil er hat ja keine Familie und das ist irgendwie so seine Familie und die einfach von sich aus zu verlassen, das ist nicht so einfach. Deswegen setzt er sich auf als, ja, das Kleinkind. Der ist zu dem Zeitpunkt schon, äh, 14. Ja, trotzdem, Baby. Ja, ich glaube halt, dass er halt diese, ne, diese Gemeinschaft, die braucht er. Hast du noch nie einen Job, wo du nicht gerne gekündigt hast, weil es eigentlich ganz cool war, mit deinen Kollegen zusammenzuarbeiten? Nee, ich habe immer gekündigt. Puh, fuck. Naja. Ich bin aber auch die Generation, die halt Jobhopping und so ein Kram macht, ne, wenn es nicht passt, gehe ich. Ich hatte halt immer sehr geile Kollegen und deswegen, weil es alles ist. Ja, aber die haben ihren Job auch alle gehasst und wenn aber alle nur da sind, weil sie sich mögen, aber den Job hassen, kann man auch einfach kollektiv gehen und der Firma so richtig eins reindrücken. Wer macht das? Schon geil. Ich wünsche, das würde mal passieren. In der Zwischenzeit erfährt übrigens die gute Nonne, dass er als Santa Claus eingesprungen ist und das macht ihr natürlich Sorgen. Aber... Jetzt macht ihr Sorgen. Aber eigentlich ist es auch erstmal vollkommen okay, weil irgendwie kommt er schon damit klar, weil ich meine, letztendlich schafft er es den Tag durch, weil dann ist der Tag vorbei, der Laden wird geschlossen und dann wird erstmal die billigste Weihnachtsparty der Welt in die Wege geleitet, indem sie einfach Alkohol und Snacks unter der Theke hervorholen und ja, das ist dann auch das erste Mal, dass Billy Alkohol trinkt. Ja, das passiert, wenn du Alkohol in einem Horrorfilm trinkst. Genau. Exakt das. Und dann sehen wir eben wieder das Flittchen Pamela, wie sie mit dem anderen Kollegen flirtet, weil jeder, der ihr Aufmerksamkeit schenkt, kriegt halt ein Stückchen Pamela. In den 80ern muss es so leicht gewesen sein, Frauen zu schreiben. Man denkt einfach den ekelhaftesten Scheiß aus und dann schreibt man das und dann passt das auch so. First Draft nehmen wir. In dem Fall ist es halt auch irgendwie so komisch, weil der eine ist halt ganz eindeutig der blöde Arsch und Billy ist halt eigentlich der gute, nette Typ und irgendwie, dass sie dann halt doch mit dem Typen ins Hinterzimmer geht, weil er sagt, ich hab da ein Geschenk für dich, was ganz eindeutig kein echtes Geschenk ist und dann gehen die beiden da hinten hin und dann knutschen die und ja. Ich weiß nicht. Ja, nee, aber sie will es ja auch nicht. Es geht ihr ja dann auch zu weit. Ja, ja, genau. Aber deswegen, also ja, gut. Billy hat ja auch während der Party, in Anführungszeichen Party, auch schon wieder Flashbacks die ganze Zeit. Also er kann einfach von seinem Trauma nicht loslassen. Ja, es ist auch ein echt hartes Trauma. So ist es nicht. Ja, nein, ich sag ja nur, aber es ist halt interessant, das so zu sehen, weil wir das zu der Zeit in Slashern eigentlich nicht bekommen haben. Wir haben halt einen Jason, der war ja auch traumatisiert von seiner Mutter, aber der hat halt sich rumgeschlachtet und Freddy war ja auch mehr so auf lustig getrimmt und so und eigentlich so einen Killer in diese Verwandlung zu sehen durch das Trauma und auch so ein bisschen auf, sie wollten den ja nachvollziehbar machen, das gab es halt so gar nicht. Das ist halt schon so. Das ist mehr so ein Saw-Ex. Machen wir den Psychokiller zu einem, zu einer Person, die Gründe hat. Puh, du, also. Das ist ja das, was du sagst, Billy hat so ein krasses Trauma, dass es verständlich ist, warum er menschlich ist. Es ist nicht verständlich, es ist nachvollziehbar. Nachvollziehbar, okay. Naja, ich finde es auf jeden Fall lustig, weil ich glaube, der Boss sagt dann auch sowas zu ihm wie, du weißt doch, was Santa an Weihnachten macht, go get them. Und das ist dann, was Billy macht. Er sieht die beiden Kollegen, sie wehrt sich mittlerweile, weil sie das eigentlich nicht mehr möchte. Deswegen reißt der Kollege ihr die Bluse auf und das triggert Billy halt, weil es zu sehr so aussieht, wie die Szene von seiner Mutter. Und da haben wir dann wieder mal Brüste, die gezeigt werden. Und dann erhängt Billy seinen Kollegen mit einer Lichterkette und zwar mit einer Hand. Ja, weil er einfach ein Buffboy ist. Er ist so hardcore. Wirklich. Aufgepumpt. Unmenschliche Stärke hat er. Ja. Und Pamela ist natürlich gerettet, aber findet das nicht cool, dass er ihn umgebracht hat und nennt ihn deswegen verrückt und dann wird sie auch eben in einem Cuttermesser aufgeschlitzt. Finde ich übrigens gut, dass er jedes Mal eine andere Waffe findet, um die Menschen zu töten. Ja. Ja. Ist nicht so, ich hab eine Machete oder ich hab eine Axt, mit der ich durch die Gegend laufe. Nö. Ich nehme mir öfter mal was Neues vor. Creative. Ja, weil dann kommt der Chef ins Hinterzimmer, der wird mit einem Hammer getötet und dann kommt die letzte Kollegin, die noch auf der Weihnachtsfeier ist. Das finde ich, dann wird er zum Super-Mega-Bogen-Schützen auch noch. So geil, oder? Das ist so random, wirklich. Ich finde das so witzig einfach, dass er wirklich, der ist ein, wie heißt man, Jack of all trades, der kann einfach alles. Ja. Der kann Bogenschießen, der kann Lichterketten aufhängen, der kann alles. Das ist so großartig. Dass sie auch einfach so spitze Pfeile da haben oder so, ansonsten, vielleicht hat er auch einfach sehr viel Kraft beim Abfeuern oder was weiß ich, ist einfach... Das ist die Katniss Aberdeen von den 80er Jahren. Holt seinen Pfeil und den Bogen raus und dann wird die Kollegin auch erledigt, bevor sie den Laden verlassen kann. Ich dachte, wir reden nie über Hunger Games in diesem Podcast. Verrückt. Hast du nicht gesagt, dass du so vor kurzem den neuen Filmen gesehen hast? Das ist auch ein Funfact. Bei den Waffen liegt ein Bogen und keiner nimmt den, weil, ne, das ist eine Referenz, aber hat auch gar nichts hier mit zu tun. Aber ja, habe ich geguckt. Ja. Vielleicht kommt er ja, vielleicht nenne ich den als Special Mention in der nächsten Folge. Vielleicht war er so geil, dass es mein Lieblingsfilm dieses Jahr geworden ist. So gut wird es wahrscheinlich nicht sein. Naja, Billy haut dann eben ab, weil es gibt niemanden mehr, den er umbringen kann und dann sehen wir, wie die Nonne in dem Laden ankommt und alle Leichen findet. Ja, und dann weiß sie, hm, das hat wohl nicht so gut getan mit Billy in einem Weihnachtsmann-Kostüm. Ja, das hätte ich dir aber auch vorher sagen können. Meinst du? Ja. Ach, ich habe gehofft, dass er seinen Traum überlebt hat. Und dann wäre der Film da zu Ende. Oh, oh, 25. Dezember, Billy kommt, zieht sein Kostüm aus und so, ich habe meinen Trauma endlich überstanden. Geht zu der Nonne und sagt, danke, dass sie mir das geholfen haben, meinen Weg zu finden und dann ist der Film zu Ende. Ich muss das machen, wirklich, alternative Enden, wie so ein Film enden kann. Es wäre so viel besser geworden. Ja. Ja, und dann sehen wir als nächstes so ein Pärchen, das zu Hause ist. Sie passt eigentlich auf ihre Schwester oder was auch immer auf. Vielleicht ist sie auch nur Babysitter. Ich glaube, oder? Nee, ich glaube, sie könnte die Schwester sein. Könnte die Schwester sein, ne? Aber man weiß es ja nicht. Es ist auch wirklich egal. Es ist auch egal, dass sie Denise und Tommy heißen und das Mädchen heißt Cindy. Es ist alles egal. Ja. Weiß nicht Cindy. Cindy heißt Cindy, ja, das ist korrekt. Nee, ich habe nur gerade überlegt, das heißt nicht dieses kleine Mädchen bei der Grange auch Cindy, aber ich glaube nicht. Ach du Scheiße, das machst du ja aber Fässer auf. Ja, Weihnachten. Weiß ich nicht, du, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Cindy, du. Egal. Ist ja dann auch die erste Szene, wo wir das erste Mal sehen, welche Szenen im ursprünglichen gefehlt haben, glaube ich, oder? Das ist das erste Mal, ja, ich glaube, das ist das erste Mal, wo ich es bewusst so wahrgenommen habe. Es kann sein, dass es in dem Laden auch schon so war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in dem Laden nicht eine Szene gab. Ich glaube, mit dem Cuttermesser und so, ich glaube, das war. Das kann auch gut sein, aber da ist es mir halt das erste Mal, es waren sehr viele Szenen am Stück, die irgendwie gefehlt haben. Das ist auch, also total blöd, aber ich finde, das ist die coolste Szene in dem Film, wenn er sie auf dem Geweih aufspießt. Es sieht auch unfassbar cool aus. Also das Bild an sich, wie er die Frau dann, also wie sie dann da hängt mit dem Geweih, das hat er dann auch so ein bisschen, als hätte sie so Geweih um sich rum, es ist schon iconic. Ja. Und das ist auch so, aus ihr rauskommt. Mega. Richtig gut. Ist wirklich, vor allen Dingen, es ist ja kein CGI, sondern ein echter Effekt. Die haben die Schauspielerin wirklich aufgehangen. Die haben die Schauspielerin wirklich aufgeschlitzt. Die wollte nämlich ihre Brüste nicht zeigen, deswegen haben sie gesagt, na dann, siehst du mal, wie wir. Weißt du eigentlich, in welchem Land wir hier leben? Ja. Und in welchem Jahreszeit und welches Jahr überhaupt? Also Entschuldigung, so wird das nix. Ist halt auch, naja, deswegen, aber ja, sie wird auf dem Geweih aufgespießt, was echt ganz cool ist. Der Freund wird aus dem Fenster geworfen und Da kommt wieder so, da kommt wieder so eine Szene, wo ich das Comedy unterschreiben würde. Ja. Weil dann kommt ja Cindy und er fragt, warst du denn auch das Ganze ja über gut? Und sie sagt ja und deswegen bekommt sie dann das Cuttermesser geschenkt. Das ist so, aber auch so, hier, das blutige Cuttermesser, mit dem ich meine Kollegin aufgeschlitzt habe. Das war schon sehr witzig. Ja. Und dann gibt es so eine Szene, die ich nicht verstanden habe. Weil dann... Im Schlitten? Nee. Dann sieht man ganz kurz, wie die Polizei sieht, wie so ein anderer Center einsteigt im Fenster. Das ist auch so witzig. Aber dann gehen sie da hin und dann ist das nur der Vater und... Warum? Naja, weil sie einfach jetzt zeigen wollen, dass sie halt die Weihnachtsmänner im Ort, weil das ja später nochmal wichtig wird, wenn sie dann vor dem Orphanage warten und dann der andere Weihnachtsmann kommt. Weißt du, dass sie halt Leute im Weihnachtsmannkostüm halt jetzt sehr gefährlich sein könnten. Weiß nicht. Das war so. Okay. Das mit dem Schlitten habe ich komplett verstanden, aber die Szene davor war so... Ja, okay. Ja. Ja, ist einfach nur, um zu etablieren, dass sie nicht wissen, wo er ist, aber schon auf der Suche sind, weil sonst würde man sich fragen, was macht die Polizei eigentlich die ganze Zeit? Na, die sind halt am falschen Haus. Ja. Ähm, genau. Und dann sehen wir eben zwei Jungs, die unbedingt Schlitten fahren wollen. Dann kommen aber zwei Bullis und... So ein Mobber. Die vor allen Dingen so... Wir wollen eure Schlitten. Schlitten. Wir sind die coolen Jungs. Wir fahren hier Schlitten, nicht ihr. Ja. Weil das machen coole Jungs. Schlitten fahren. Nachts. Nachts. Ja, und erst weigern sie sich ja und dann als er ihnen dann aber fast irgendwie droht, ihn umzubringen oder so, sagt er, nee, doch, hier nimm meinen Schlitten. Was das Beste ist, was er hätte machen können. Wirklich. Die cleverste Entscheidung in diesem Film. Ja, aber wer weiß. Ich meine, die anderen werden ja wahrscheinlich nur umgebracht, weil sie eben böse sind, weil sie die Leute dazu bringen, ihnen den Schlitten zu geben. Ja. Die anderen Schlittenfahrer waren ja vielleicht einfach gut. Das... Und werden vielleicht nicht getötet worden. In Klammern, jeder wird umgebracht. Naja, auf jeden Fall gibt es dann die coole Szene, wo der eine mit dem Schlitten runterfährt und geköpft wird. Richtig gut, ja. Richtig gut. Also Kills-mäßig hat der Film wirklich Kreativität. Ja, aber leider halt erst jetzt, weil gerade die Szene, wo dann der andere unten wartet und dann kommt der kopflose Schlitten halt und man sieht so die Leiche umfallen. Das ist alles nicht im Original Cut drin gewesen. Ja, genau. Aber weil sie halt diese Brutalität nicht zeigen wollten. Ja, aber es ist halt gut, dass es jetzt dann doch noch da ist. Ja. Finde ich nicht schlecht. Ich finde Gewalt an Jugendlichen nicht schlecht. Zitat. Naja, und dann ist die Nacht auch vorbei. Wir sind am nächsten Tag. Die Nonne hat die Nacht auf dem Polizeirevier verbracht. Es gab drei mehr Tote und wir gehen davon aus, dass das nächste Ziel eben das Waisenhaus ist. Das Szene ist so großartig, wenn sie am Waisenhaus ankommen. Wirklich so dumm, so witzig. I love it. Welche? Na, wo sie dann halt an das Waisenhaus fahren und dann ja der Weihnachtsmann da auf diese Kinder zuläuft und wir ihm ja gar nicht wissen, ist das Billy schon oder nicht? Und dann erschießt er den ja von hinten, weil er nicht drauf hört mit Hey, weg von den Kindern. Der Polizist, der mit der Nonne da hingefallen ist. Genau, der sagt weg von den Kindern, weg da und so und dann sagen die so, Hey, das war der Pfarrer, der verkleidet war und der ist taub. Das ist ja vor allen Dingen so geil, weil die Kinder ja alle im Garten spielen und dann kommt dieser Weihnachtsmann und wird vor ihren Augen von hinten halt erschossen. Spritzt nicht sogar ein bisschen Blut auf dem Kind? Ja, ja, traumatisierend hochtausend. Ja, eben. Aber halt dann auch einfach so, ja, der hat dich nicht gehört, weil er taub war. Ja, stimmt, richtig. Das ist so dumm einfach wieder so. Ja, aber warum hat er sich nicht umgedreht? Na, weil er taub war. Ja, Vater O'Brien, der konnte dich nicht mehr hören. Er hat einfach Mord begangen, der Polizist. Wirklich. Also, ich hinterfrage die Logik der Rechtslage in diesen Filmen nicht, aber. Ist ja auch so cool, dass sie nicht mehr per Telefon gewarnt werden können, weil dieses eine Mädchen halt Telefon spielt. Ja. Und früher, wenn man einen Hörer daneben gelegt hat, war halt alles belegt. War ja in Nightmare on Elm Street auch der Grund, warum sie dann Johnny Depp nicht anrufen konnte. Stimmt, sie konnte nicht mehr Johnny Depp anrufen, ja. Ja. So war das früher. Hatte nicht jeder ein Telefon. Ich hab nicht mal ein Telefon. In seiner Hosentasche. In meinem Haus. Also, die Frage hatten wir ja schon mal, wer noch hier Heimtelefone hat. Ja. Da gab es ja auch Leute, die darauf geantwortet haben. Ja. Crazy people. Ja, die wollen einfach noch ein bisschen dieses Retro-Feeling. Die haben einfach, Leute, die ein Haustelefon haben, haben auch keine Angst vor Gott. Wirklich, die sind einfach ready, das könnte ja jederzeit klingeln. Stimmt. Die haben keine Angst vor Gott. Und dann gibt's irgendwie so eine Szene, die den Film irgendwie nochmal immens länger machen soll oder so, wenn der Streifenpolizist dann den ganzen Keller und so absucht und da ist halt nix. Ja. Und dann kommt er oben raus und dann wird er... Dann kriegt er noch eine Axt in die Brust. Dann wird er getötet. Ja. Ja. Weiß nicht. Ja, es ist halt so ein, wirklich so ein Kill-Reel einfach. Der Film ist immer so, Set-Piece-Kill, Set-Piece-Kill, Set-Piece-Kill. Und dazwischen noch so, die Nonne, die sagt, oh Gott, oh Gott. Aber dieses Ganze, ich laufe im Keller rum und, oh, da hinter der Ecke könnte was sein, nein, da ist nix, da ist nix, da ist nix, dann ist doch, naja, ich weiß nicht, das war so, oh. Der Film dauert ja nicht lange, deswegen ist es nicht so schlimm, aber es ist halt so, weiß nicht, muss es sein. Deswegen viel besser Teil 2 angucken, der ist der ganze Scheiß rausgeschnitten. Und dann köpft Billy ja den Schneemann, weil, warum nicht? Comedy. Und dann sieht Andrew, sein Bruder, den Weihnachtsmann vor der Tür stehen und lässt ihn natürlich rein, obwohl die extra die Tür abgeschlossen haben, damit eben niemand reinkommt. Wer zum Teufel ist Andrew? Der Bruder. Der heißt Ricky. Oh. Wer zum Teufel ist Andrew? Weiß der nicht Andrew? Nein, der ist Ricky. Bist du dir sicher? Ja, holler. Er ist ja nicht im zweiten Teil dann jetzt. Ricky Chapman. Komisch. Ich glaube, du verwechselst den guten. Ja, vielleicht, es kann sein, dass er im zweiten Teil dann, ah, ist auch nicht so wichtig. Dann ist es halt Ricky. Oh mein Gott. Aber er lässt auf jeden Fall den Weihnachtsmann rein und der macht sich sofort an Mother Superior. Die jetzt im Rollstuhl sitzt. Ja, wir müssen ja so ein bisschen Zeit. Die sieht null älter aus, aber sitzt jetzt halt im Rollstuhl. Ja, deswegen, damit man sieht, oh, mittlerweile sind zehn Jahre vergangen. Das dachte ich mir bei der anderen, aber auch die nette Nonne, die dann so zehn Jahre älter immer noch so aussieht wie die vor zehn Jahren. Nice. Ja, da darf man nicht so drauf achten. Damals ging das noch nicht. Erst als Saw die Rückwärtskappe erfunden hat, wurde das behoben. Das ist eben, das ist, zehn Jahre sind ja auch einfach keine Zeit. Da passiert nichts. Nee, ich bin immer noch derselbe Mensch wie vor zehn Jahren. Ja, definitiv. Ja, aber Mother Superior macht sich dann auch über ihn lustig und sie hat ja auch keine Angst eigentlich vor ihm, zumindest zeigt sie es vor den Kindern nicht. Sie hat ja Gott hinter sich. Auf jeden Fall. In dem Fall ist es halt nicht Gott, sondern Richards, der dann halt Ja. Billy von hinten erschießt. Weil das Gott ihn dahin geführt hat. Ich frage mich halt, warum musste das Kind dann die Tür aufmachen, wenn die beiden sich dann allein reinlassen konnten? Ja, weil die Tür dann noch offen war. Ja, 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 natürlich. Der hat sie nicht richtig zugemacht. Ja, natürlich war das. Der ist ja nur durchgelaufen mit seiner. Und Billys letzte Worte, als er auf dem Boden blutend liegt, ist, ihr seid jetzt sicher, der Weihnachtsmann ist weg. Santa Claus ist gone. Und dann sagt sein Bruder noch, Naughty! So witzig. Das ist wirklich gut. Das ist aber auch ein echt beschissenes Ende. Nee, ist ein super Ende. Nee, weil halt die Nonne nicht das kriegt, was sie eigentlich hätte bekommen sollen und dann dieses Naughty! So random einfach. Ja, aber das bringt dir halt, lässt dir halt die Tür offen für den zweiten Teil. Ja. Und da kannst du die Nonne ja immer noch bestrafen. Brauchst dir ein paar Charaktere aus dem ersten Teil. Ich glaube, es passiert ja nicht, aber trotzdem könnte man es so erzählen. Ich habe den zweiten Teil nie gesehen. Guck mal. Nee. Jetzt habe ich ja den ersten gesehen. Muss ich nicht nochmal gucken. du kannst den angucken und so 40 Minuten skippen und dann hast du nur noch 40 Minuten vor dir oder so. Ja, so wie bei, wie bei Ju-On geht das auch ganz gut. Ja, aber es ist ja dann auch, der hat wie viel, vier Sequels bekommen und die letzten beiden haben auch gar nicht. Das sind insgesamt fünf Teile oder was. Ja. Und die letzten beiden haben aber auch nichts mehr mit dem Original zu tun, sondern tragen nur noch den Namen und dann gab es 2000, was war das, 12, das Remake, das aber auch nichts mehr mit der originalen Storyline zu tun hatte und jetzt ist noch ein Reboot gerade in Entwicklung. Aber deswegen meine ich ja, ne, also wenn das geschichtlich nichts damit zu tun hat, ist es halt einfach nur ein Horrorfilm, der Weihnachtsthema hat und Das ist wie mit diesen ganzen Cloverfield-Filmen, die dann einfach den Cloverfield-Titel draufbekommen haben, obwohl die nichts mit dem Film zu tun haben. Ich glaube aber, dass die im, schon irgendwie was. Ne, die waren ursprünglich, das Drehbuch war fertig geschrieben und dann haben sie gedacht, oh, das könnten wir dann noch mit einarbeiten, haben den Cloverfield draufgeklatscht. Aber bist du sicher, dass nicht dieser komische Space-Film auch irgendwie so nach dem Motto? Ich bin mir sehr sicher. Also ich meine, Cloverfield, der mit, wo sie unter der Erde in diesem Bunker. Ten Cloverfield Lane. Ja. Der hatte nichts mit dem Original zu tun. Naja, oben drüber gingen ja schon die Monster. Ja, aber das ist, also du kannst es googeln, das ist ein Skript, was fertig gewesen ist und sie haben das dann draufgepackt. Ja, ja, das kann ja jeder sagen. Du kannst es googeln, aber es hat auch nichts mit der Folge zu tun. Google, Google, Google. Also wir machen mal eine Cloverfield-Folge. Google, Google, Google. Weil es ein guter Film ist. Ja, ich weiß auch nicht, warum es ist. Es ist ja auch, ich meine, welcher, welches Sequel hat denn auch was mit, also ich meine, es muss ja nicht mehr, oder? Zu damaligen Zeiten ging es doch einfach nur drum zu sagen. Gerade bei Slashern ist es doch eh scheißegal. Ja, eben. Ich meine, die eine Charakterin, die Freilich der 13.1 überlebt, wird in den ersten zwei Minuten vom zweiten Teil halt geköpft und der Kopf in den Kühlschrank gesteckt. Also, ist eigentlich scheißegal. Ist komplett egal. Aber es hat mich halt in dem Ende dann so ein bisschen an den Twist erinnert aus, was war das, Final Friday oder so, wo Tommy Jarvis am Ende so richtig, Gott, keine Ahnung. Da haben sie auch versucht, die Fackel von Jason auf Tommy Jarvis weiterzugeben, dass er jetzt der nächste Psychokiller wird. Jetzt haben sie dann gestrichen, aber halt, weißt du, ist ja nicht jetzt ein Origi, also ich weiß nicht, was zuerst kam, aber halt nicht, nicht unorg, nicht, nicht originell, das ist das Wort, was ich suche, ist nicht mehr so ganz originell. Ja, also ich habe die anderen Filme auf jeden Fall nicht gesehen, aber Teil 2 kann man sich so von der Brutalität auf jeden Fall schon mal nochmal angucken und wie gesagt, wenn ihr vielleicht den ersten nochmal nachgucken wolltet oder so, dann guckt einfach den zweiten Teil, da erfahrt ihr wirklich die komplette Story vom ersten Teil, müsst ihr nicht nochmal gucken oder wenn ihr es nicht gesehen habt, wirklich es tut nicht weh, wenn ihr nur Teil 2 guckt, weil das ist so viel von dieser Story, die da drinne vorkommt, dass es nicht mehr losgeht. Auch diese ganze, wie er mit seinem, das kann ja der Bruder gar nicht nacherzählt haben, aber diese ganze, wie die Familie getötet wurde in dem Auto, kommt alles im zweiten Teil vor, alles da und dann gibt es noch geile andere Killszenen deswegen. Wenn man jetzt den zweiten Teil geguckt hat und den ersten und den Podcast gehört, dann hat man ja eigentlich dreimal den ersten Teil gesehen. Ja. Krass, oder? Mindestens. Crazy. Mindestens. Dann hat man auch ein Trauma und verkleidet sich als Santa. Und der zweite Teil dauert auch irgendwie nur so 88 Minuten deswegen. Und davon sind 40 Minuten Flashbacks, geil. Ey, wirklich, es ist wirklich so, es ist echt krass. Stell dir vor, du hast damals dann Geld fürs Kino ausgegeben. Und ich glaube, er macht dann auch Jagd auf diese Mother Superior. Deswegen, wenn ihr sehen wollt, wie sie noch niedergestreckt wird, weil sie es verdient hat, weil sie an Gott glaubt, war Liedergrund oder so, dann, ja, schaut einfach den Film. Oder hört den Song von Ice Nine Kills, der fasst die Story auch zusammen. Habt ihr sogar in drei Minuten seid ihr durch. Aber dann muss man halt diesen Scheiß-Song von Ice Nine Kills. Das ist ein sehr guter Song. Ich weiß. Der hat sogar Puns drin. Außer, dass er Merry Xmas heißt, sagen sie auch Feliz Navidad. Was ich ganz witzig fand. Das hab ich in dem Film eigentlich auch erwartet. Nö. Ja, es gibt halt selten Feiertags-thematische Horrorfilme, die gut sind. Ganz, ganz selten. Ich mein, man kann ja zum Beispiel so über Black Christmas reden, der ist halt auch ganz schön hart und so, aber Es gibt so jetzt kein, wenn es jetzt nicht gerade Halloween ist. Buhu. Ich fand diesen Violent Night, der letztes Jahr rauskam, ich fand den gar nicht schlecht. Mit David Hava, ja der war gut. Den hab ich auch gut gefunden. Aber der ist auch kein Horrorfilm. Und Krampus, definitiv ein Film, den ich gerne zu Weihnachten gucke. Ja. Deswegen, ich würde das so nicht unterschreiben. Silent Night, Deadly Night. Dass es wenige sind. Das sind wirklich wenige. Ja, aber ich mein, wie viele Horrorfilme gibt es denn wirklich? Mit, also mit, mit, Bezug auf Feiertage? Mit Weihnachtsthema. Achso, du meinst Feiertage an sich? Ah, okay. Ja gut, aber da gibt es ja eine Million gute Halloween-Filme. Ja, Halloween zählt ja auch nicht. Das ist wie wenn du sagst, Halloween ist der wichtigste Feiertag im ganzen Jahr. Ja, aber es ist halt, da ist die Connection zu Horror schon gegeben. Also als Horrorfan nicht den Tag der Toten irgendwie in Verbindung zu bringen, ist schon nicht so weit hergeholt. Aber wenn du jetzt halt irgendwie, was könntest du denn machen? Ich meine, wobei. Silvester. Gibt es da einen Horrorfilm? Ja. Echt? Ja. Welchen? Ähm, Gott, wie heißt der denn? Der lief auch in der Creepy Crypt am 1. Januar letzten Jahres oder so. Tja. Äh. Der hat, wie sagt man denn? New Year's Eve? New Year's Eve heißt der, glaube ich. Crazy. Mir wäre jetzt spontan auch nur noch eine eingefallen. Eine, den ich ganz gut eigentlich fande. Fande. Eine, den ich ganz gut fand. My Bloody Valentine, den Originalen. War jetzt auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie du das Remake fandest. Der war halt sehr 3D-ig. Und witzigerweise, Valentinstag ist dieses Jahr ein Mittwoch. Das heißt, es gibt am Valentinstag eine Folge Creepy Crypt Podcast. Ja. Will ja nichts vorschadown hier, aber die Chancen stehen gut. Ne, aber ansonsten, der kam ja auch, dadurch, dass er halt 1984 kam, er relativ früh heutzutage, denkst du, Weihnachtsmann, böse, ausgelutscht. Damals ja auch noch ein relativ neues Konzept. Wie du das schon sagtest, hat er ja auch, äh, Kontroversen dadurch ausgelöst, dass er halt das erste Mal den Weihnachtsmann in so fies dargestellt hat. Ich meine, es war ja nicht der wirkliche Weihnachtsmann, sondern ein Typ, der glaubte, dass er der Weihnachtsmann ist, aber weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja, ja, schon. Aber ich glaube, die Kontroversen waren eben auch, ähm, Bullshit, weil, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwo gelesen habe, dass es zu dem Zeitpunkt auch schon andere Filme gab, die den Weihnachtsmann als Killer dargestellt haben. Und das ist hier, glaube ich, ich glaube, was hier das Problem war, war, dass die, ähm, Produktionsfirma, die das gemacht hat, ähm, viel krasser auf, also Werbung gemacht hat damit, dass der Weihnachtsmann ein Killer ist. Weil allein schon, ähm, es gab ein Geschichten aus der Gruft, äh, Horrorfilm von 1972 oder so, da gibt's auch, ist auch der Weihnachtsmann ein Killer. Ein verrückter Crazy-Mann, der durch die, äh, Gegend läuft und, äh, Menschen umbringt. Also es ist natürlich nur eine Episode von dreien oder so, so wie es in diesen, äh, Filmen immer so ist. Aber, äh, ja, es gibt auf jeden Fall noch andere Filme, wo das auch schon so war. Ich glaube, hier war wirklich nur das Problem, dass es erstens ein paar Mütter gab, die, äh, nichts Besseres zu tun hatten. Und zweitens, dass die zu sehr Werbung gemacht haben mit, äh, dieser Mann läuft im Weihnachtsmann-Kostüm rum und tötet Menschen, anstatt zu sagen, ein Psycho-Killer. Ich meine, das Cover ist ja aber auch schon iconic, das Filmposter. Das finde ich tatsächlich sehr cool, wie du dann so aus dem Schornstein die Weihnachtsmann-Achst, äh, Hand siehst, die die Axt in der Hand hat. Ist schon ein ultra cooles Poster, muss man einfach mal sagen. Ja, aber auch eben das Problem, dass deswegen, ja, viele Leute darauf aufmerksam geworden sind. Ja, ich verstehe es, aber es ist schon sehr cool. Bin ich Fan von, ist wahrscheinlich, das Poster finde ich wahrscheinlich cooler als den Filmen, aber, ja, wie gesagt, so vor Weihnachtszeit oder jetzt, wenn ihr es hört, vielleicht auch nach Weihnachten, am ersten, zweiten Feiertag, ist das eigentlich ganz nett und ihr habt ja jetzt eh zwischen Weihnachten und Silvester nichts zu tun, da kann man noch so die letzten Feiertags-Horror-Filme nachziehen und dann sind wir ja auch schon fast durch. Ist jetzt die vorletzte Folge für dieses Jahr gewesen. Ah, wie traurig. Ja, mega traurig. Ich finde das auch sehr, 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 sehr traurig. Okay. aber wir sind noch einmal, einmal sind wir noch mal da für unseren Jahresabschluss, da werden wir gar keinen neuen Film oder so besprechen, sondern wir reden ein bisschen darüber, wie toll und wie scheiße wir das Horrorfilmjahr fanden und da könnt ihr uns auch gerne mal eure Top 5 zu schicken, was ihr so für Filme toll fandet, dann können wir mal gucken. Oder eure Flop 5. Oder eure Flop 5, wie überschneidend das mit uns ist und ich kann auch mal gucken, ich kriege vielleicht auch so eine Umfrageseite zusammen. Die schlechteste Top 5 gewinnt. Wer den schlechtesten Filmgeschmack hat, nein, Quatsch. Aber ja, wäre voll interessant mal herauszufinden, da könnt ihr uns auf Instagram folgen, weil da werden wir am ehesten so Umfragen machen und dann mal gucken, was denn der beste Film von mir ist, von dir und von euch, weil das wird auf jeden Fall spannend und dann ist es ja auch schon rum und wir sehen uns direkt zu meinem Geburtstag am 3. Januar wieder zu einer Creepy Classics-Folge für einen Film, den ich mir gewünscht habe. Es ist mein Geburtstagsgeschenk, das ich bekomme. Vollkommen egal, dass die Leute wissen, wann du Geburtstag hast. Nee, ist mir nicht egal, die sollen mir alle gratulieren am 3. Januar. Oh Gott. Ich habe mir das extra so ausgesucht und auch hier, also ich habe mir diesen Film jetzt explizit gewünscht. Das ist das erste Mal, dass ich gesagt habe, an dem Tag muss dieser Film besprochen werden und hat mir natürlich das Herz gebrochen, für diesen Film eine halbe Sternen-Review rauszusuchen, weil wieder haben wir ein Rätsel für die nächste Creepy Classics-Folge und das wird so einfach, dass da rät jeder von euch, aber es ist trotzdem witzig und bleibt thematisch auch so ein bisschen in der Gegend, aber die Rezension, die ich rausgesucht habe, ist, dass jemand geschrieben hat, wenn ein verdammter Husky besser schauspielern kann als die gesamte Besetzung, dann hat dein Film ein Problem. Und was das wohl sein könnte, könnt ihr uns gerne sagen auf allen Social Media Plattformen unter creepycripppodcast oder in der Telegram-Gruppe oder per Mail an kontakt.creepycripp.de oder per Brieftaube, wenn ihr uns ausfindig macht, ist uns auch egal, aber kriegt ihr schon hin. Und dann freuen wir uns auch über Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer man Bewertungen abgeben kann. Erzählt es euren Freunden, Familien. Wenn sie sich was zu Weihnachten wünschen, schenkt ihnen doch einfach eine selbstgebrannte CD mit einer Folge Creepy Classics drauf. Okay, und dann, wie gesagt, am 3. Januar sind wir dann wieder hier. Da habt ihr hoffentlich euren Silvester-Kater schon überstanden. Und dann reden wir über diesen Film, der eventuell einer von Cebos Lieblingsfilmen ist und zu dem ich dann noch meine Meinung abgeben muss. Ich kenne den Film natürlich auch. Aber ja, da freue ich mich. Also, ich weiß nicht, ob ich mich drauf freue. Es ist immer schwierig, mit dir über Sachen zu reden, die du immens magst. Aber hier ist es wenigstens nicht Twin Peaks Level, dass man keine Chance hat, auf die gleiche Ebene zu kommen. Das denkst du. Was glaubst du, was ich für krasses Wissen darüber habe. Es ist einfach nicht das Gleiche. Man muss nicht drei Serien und fünf Filme gucken und acht Bücher lesen. Aber danach haben wir auf jeden Fall zwei meiner vier Letterboxd-Favoriten auch durchgesprochen. Hint, hint. Aber wir sind auf einem guten Kurs, dass du Ruhe vor meinen Lieblingen hast. Okay. Cool. Ja. Na dann, wünschen wir euch schon mal, falls ihr die nächste Episode vielleicht doch nicht hört, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann hören wir Creepy Classics wieder in Jahre 2024. Ja. Und ansonsten, nächste Woche Top-Filme. Seid ihr auch dabei, könnt ihr uns sogar noch sagen, was ihr gut fandet und was nicht. Oder auch eine Sprachnachricht hören wir auch voll gerne. Dann spielen wir die ein. Dann könnt ihr eure Stimme hier selber hören. Zum Jahresabschluss an Silvester nochmal von den Freunden angeben. Und bis dahin, schöne Weihnachten. Tschüss. Musik 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 Musik